hallo und herzlich willkommen hier zu unserem neuen video mit mir sind meine kinder wie immer nikita hat neue haarfarbe echt coole idee mit krepppapier gefärbt ja durch die handschuhe haben sich auch meine finger gefärbt jedem video geht es darum wie wir getränke getränke ich weiß gar nicht was süße getränke probieren aus action wir haben einmal stopp stopp wir haben einmal sneaker und mm ja hier steht schon schüttelware in kalt also schaum schüttelware kalt schaum schüttelware kalt also ja hier steht das hier da schaum schüttelware kalt also man muss die bis zur schäumung schütteln riecht das gut das riecht nach kakao ich muss bis zu schäumen ich hoffe das ist kein kakao ich habe bis zu schäumen wir machen das ding auf ach ich kriege das nicht auf kriegst du es nicht auf okay also wenn ich ehrlich bin wartet ich probiere ich probiere ich probiere ich probiere Das ist Kakao. Schmeckt das gar nicht, das Sneaker? Das ist Kakao. Probier mal. Okay. Nein, also... Das riecht richtig nach... Irgendwie nach Kaffee oder nach Caramel Caffee. Nach Cappuccino oder sowas. Ähnlichartig. Irgendwie... Also Geruch sagt mir jetzt nichts. Du musst jetzt erstmal... Jetzt geht oben die Teile voll schwer auf, muss ich sagen. Sehr schwer? Gehen die auch? Ja, tut auch an der Zinn weh. Also hab auf... Trommeln. Und... Das schmeckt voll geil. Schmeckt nach... Nach... Desinfizieren. Nach Cappuccino mit so Waldnüssen. So Geschmack. Irgendwas sowas. Darf ich jetzt? Jetzt probiere ich den. Ja, also Twix... Schmeckt tatsächlich leckerer. Diese Snickers... Das ist so... Viel, viel mehr Nüsse schmecke ich raus. Aber... Nach Geruch ist gut. Nach Geruch ist gut. Das war geil. M&M's. Lecker! Du hast es doch gar nicht probiert. Doch. Und? Nach was schriegst du das? Nach was schmeckt das oder sowas? M&M's. Und? Wuhh. Wuhh. Okay. Es ist leckerer. Erstmal Geruch. Wuhh. 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 Sogar der jetzt hier ist besser oder was? Wuhh. Riech mal. Wuhh. Lecker, 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 lecker. Ach du liebe Güte. Das schmeckt nach leckeren Nüsse. Ja, das ist tatsächlich Nuss. Ganz viel Nuss. Es schmeckt nach richtig bitteren Nüsse. Richtig bitteren Nüsse. Ich hör dir. Probier mal. Das ganze Gesicht von Nikita Blau. Probier mal, probier mal. Also wenn man so ironisch guckt, ist es lecker. Aber einer selbst nicht. Das ist halt so, man schmeckt zu viel artiges Nuss. So richtig pure Nuss und so. Ich hab immer noch Nachgeschmack. Mal probier bitte. Wir haben unsere Gardinen abgemacht zum Waschen. Übrigens Leute, nicht erschrecken. Mal. Probier bitte. Ich finde das drin ist. Ja, warte. Ich probier mal jetzt. Das drin wird im Mund. Ja. Bisschen so. Lecker, lecker ist es. Und? Das ist lecker. Ich finde das gar nicht so schlecht. Ja, das ist lecker. Ich finde es schlimmer tatsächlich als Snickers. Das schmeckt nach... Ich verstehe gar nicht mehr. Nach warmen Kakao. Warum? Das schmeckt gar nicht so schlecht. So, Fazit ist, also für mich bleibt tatsächlich Twix. Twix. Gewinnt dann M&Ms und dann Sneaker. Ich hab noch nicht Twix probiert. Also, aber Empfehlung. Ja, gib doch mal. Bei mir ist es genauso. Der wäre dann nicht so viel Kakao drin. Würde ich den besser vertragen. Und da ich keinen Kakao vertrage und so. Wäre der auch geil. Also dann wären beide eins. Aber da ich keinen Kakao und so vertrage, ist er auf zwei. Und der ist gar nicht... Ich hab immer noch Nachgeschmack. Nein. Aber irgendwie... Ich finde ihn am leckersten. Der ist geil. Ich hab Mikita als Twix nicht. Probier doch was nicht. Probier mal. Ich höre dir das so lecker. Ja. Das ist so lecker. Das ist so lecker. Dieser Ding geht schwer. Ist ja egal. Aber im Prinzip wissen wir jetzt, was am besten schmeckt. Und so. Arsenja hat jetzt halt nur nicht... Was? Echt? Twix ist leckerer. Also ich find Twix ist gut. Also meine Meinung nach Entscheidung ist halt das so, dass... Naja, wie... Also ich bin beide eigentlich, find ich geil. Irgendwie weil... Ja, so bei dir. Ja, so. Weil... Irgendwie... Man kann... Kein Unterschied. Der ist auch... Kein Unterschied. Der ist so... Ich war ironisch halt. gemeint ist ja nicht lecker. Aber so... Anders gemeint ist ja halt lecker. Okay. Irgendwie so. Ja. Und du findest nur den lecker? Mhm. Okay. Einfach Platz 1. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da und macht die Glocke damit... Einmal abonnieren, Glocke aktivieren. Okay. Es räumt sich. Und... Like. So, wir machen den Schlüff hier. Auf jeden Fall empfehlen uns als allererstes Twix probieren. Twix probieren. Ja. Gut. Und wir wünschen euch Gesundheit. Gesundheit. Viel Spaß. Und ähm... Vielleicht isst ihr ja auch gerade wie ich das immer mache. Und dann guten Appetit. Ähm... Guten Abend. Gute Nacht. Guten Morgen. Guten Mittag. Nachmittag, Vormittag. Oder viel Spaß noch zu Schule, falls ihr so früh aufsteht. Und dann Videos vor... Zur Arbeit. Was auch immer. Oder zur Arbeit. Stimmt, man arbeitet ja auch. Ja. Manche arbeiten auch. Neil. N parentheses. Bleibt gesund! Bis zum nächsten Video. Tschüss! Tschü immersion unten.